Die Firma Charisma dürfte den meisten wohl eher aus dem Bereich der RTR-Modelle bekannt sein. Doch als die Bilder vom 4XS auftauchten und das Modell dann schließlich erhältlich war, wurde schnell klar, das dürfte ein sehr guter Wettbewerbswaggie im Maßstab 1 zu 10 sein. Das zeigt schon ein Blick auf das Chassis. Hier kommen hochwertige Materialien wie Kohlefaser und eloxiertes Aluminium zum Einsatz. Hinter der schicken Optik steckt außerdem ausgereifte Technik. Zum Beispiel Kegelraddifferenziale, CVD-Wellen, Kugellager, serienmäßige Stabilisatoren und vieles mehr. Zudem kann man entscheiden, ob in der Mitte ein drittes Differenzial oder eine Slipperkupplung eingebaut werden soll. Kleine Minuspunkte gibt es jedoch dafür, dass man zum Wechsel von Diff auf Slipper das komplette Topdeck abnehmen muss. Das ist zwar kein Riesendrama, jedoch wäre eine schnellere Wechselmöglichkeit im Renneinsatz sicherlich nicht von Nachteil. Durchweg positiv präsentiert sich der Charisma Buggy jedoch während der Fahrt. Mit der passenden Elektronik und einem Saddlepack-Akku versehen überzeugt der 4XS mit einem gutmütigen Fahrverhalten und einer ausgewogenen Balance. Der verbaute 9,5-Turns-Motor sorgt für ständigen Energienachschub und aufgrund der stabilen Bauweise des Buggies stellen Ausflüge oder Crashs kein echtes Risiko dar. So verwundert es nicht, dass der Charisma 4XS durch und durch als eine gelungene Konstruktion zu bezeichnen ist. Zwar hat der Buggy im Vergleich zur Konkurrenz ein etwas höheres Gesamtgewicht, doch sorgt gerade das für ein sattes und gutes Fahrverhalten. Auch die serienmäßig sehr gute Baukastenausstattung mit etlichen Tuning-Teilen beschert dem Buggy einige Pluspunkte. Zusammen mit diversen Akku-, Motor- und Getriebeoptionen lässt sich das Modell an seine persönlichen Vorlieben anpassen. Ein gelungener Allrounder also zu einem fairen Preis von knapp 430 Euro. Das heißt, ich werde nicht zum Sabbath- PAUL-아요brennend định setzen. Drinnen und Es wirdimizein Entschjarig Er